Hi, ich bin die Tabitha und möchte euch von Essex mit dem Gel Foundation 11 einen Schuh zeigen, der auch Läuferinnen mit mehr Körpergewicht richtig Spaß am Laufen geben wird. Gerade auf harten Untergründen ist es für deinen Körper extrem wichtig, dass der Schuh die Aufprallkräfte auch richtig absorbiert. Der Foundation sorgt mit seiner Soulight Zwischensohle und den Gelelementen im Rück- und Vorfußbereich für einen umfassenden Schutz, gleichzeitig erlebst du aber ein sanftes und federndes Laufgefühl. Bei höherem Gewicht ist auch eine größere Auflagefläche extrem wichtig. Dafür hat Essex dem Schuh einen anderen Leisten verpasst, der bewusst etwas breiter angelegt ist. Für eine zusätzliche Unterstützung sorgt das feste Element im Mittelfußbereich und die Pronationsstütze. Sie sorgt dafür, dass du beim Laufen nicht zu stark nach innen einknickst und verhindert, dass Fehlbelastungen entstehen. Der Trend, einem Laufschuh nicht allzu viel Gewicht zu verpassen, findet sich erfreulicherweise auch im Foundation wieder. Damit bist du nicht nur sicher unterwegs, sondern wirst beim Laufen auch viel mehr Freude haben. Der Essex Gale Foundation 11 ist der Schuh für dich, wenn du etwas mehr wiegst und viel Wert legst auf Komfort und Schutz. Und du bekommst diesen tollen Schuh in deiner Runners Point Filiale, kannst ihn aber auch gleich online bestellen unter www.runnerspoint.com. Verplexe Gale Foundation Ring Verplexe Gale! Verplexe Gale! Verplexe Gale вопросы которые sich immer wieder aussehen. Verplexe Gale ist für dich, wo es周hö Aberdeck gibt.